Während in der Agentur, Female Hoch 3, der Konkurrenzkampf zwischen Katrin und Emily tobt, befindet sich Laura noch immer in Los Angeles. In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, betreut sie gemeinsam mit Pedro Navarro den Launch des Lost Places, Projekts in Hollywood. Aktuell macht sich Laura nur durch Telefonate mit Emily bemerkbar. Anfang des Jahres verabschiedete sich die Schauspielerin aus dem Serienalltag, bevor sie am April zum zweiten Mal Mutter wurde. Bereits vor der Geburt ihrer Tochter hatte Kawasi im Februar in einem Interview mit GZSZ-Pressesprecher Frank Pick verraten, dass sie plane, während ihrer Drehpause aktiv zu bleiben und sich anderen Projekten zu widmen, für die sie während der Dreharbeiten für »Gute Zeiten, Schlechte Zeiten« keine Zeit hatte. Wie wir inzwischen wussten, wurde der Tatendrang der Schauspielerin im Frühjahr ausgebremst. Denn die Geburt erwies sich als schwerer als gedacht. 1,5 Wochen habe sie noch im Krankenhaus bleiben müssen, hatte sechs Tage lang fast 40 Grad Fieber. Keiner wusste so richtig, was los ist, weil sich über den Ringelrötel-Infekt noch ein bakterieller Infekt gesetzt hat, weil mein Körper so geschwächt war, dass dann alles auf einmal kam, so Kawasi Ende April. Glücklicherweise habe sie eine tolle Hebamme gehabt, auch im Krankenhaus sei sie toll betreut werden. Ich habe trotzdem gemerkt, dass ich noch viel mehr Zeit brauche, als ich ursprünglich gedacht habe, so die Schauspielerin. Vier Monate später scheint es Krisanti Kawasi besser zu gehen und sie kehrt in Berufsleben zurück, genauer gesagt arbeitet sie wieder für Volkswagen, VW. Allerdings hat sich ihre Rolle sehr verändert. Wie bekannt ist, durchließ Kawasi vor der Schauspielschule in Köln eine Ausbildung zur Industriemechanikerin für Produktionstechnik im Volkswagenwerk, VW, Salzgitter und arbeite auch in diesem Beruf. 2012 entschied sie sich dafür, auf die Schauspielerei zu setzen. 16 Jahre später kehrt Kawasi nun in den Konzern zurück, als Markenbotschafterin. Wie Fotos zeigen, durfte sie sich bei ihrem offiziellen Besuch am Standort in Wolfsburg sogar auf der VW, Wahl of Fame, verewigen. Wann genau sie zu GZSZ zurückkehrt, ließ Kawasi bisher offen. Der genau Zeitpunkt für ihr Serien-Comeback stehe noch nicht fest. Das hängt unter anderem von den Drehbüchern ab. Und ich möchte sicherstellen, dass ich 2025 erst wieder zurückkehre, wenn ich bereit bin und alles für meine Familie passt. Das hat für mich oberste Priorität, erzählte sie im Februar. Auch wisse sie noch nicht, wie es mit Laura nach Los Angeles weitergeht. Aber ich hoffe, dass sie weiter wachsen und sich entwickeln wird. Es gibt sicherlich noch viele interessante Geschichten, die wir erzählen können. Und ich freue mich darauf, zu sehen, wohin ihr Weg sie führen wird. Ob sie erfahren wird, dass John ein Kind mit Zoe hat?